Hallo, mein Name ist Michael Klems von infobroker.de und ich wünsche Ihnen einen guten Start in das noch junge neue Jahr 2018. Und heute möchte ich Ihnen über ein Vorhaben berichten, was mit der Zahl 100 zu tun hat und mit der Zahl 3. Das ist das Thema heute im Video. Ja, das neue Jahr ist noch recht frisch und ich habe 2017 relativ erfolgreich mit einem Vorhaben hinter mich gebracht, nämlich seit August jeden Tag ein Video zu posten. Und das hat wunderbar funktioniert. Es sind weitaus über 130 Videos daraus entstanden und für 2018 habe ich mir was Neues überlegt, nämlich es wird dreimal, dreimal die Zahl 100 geben. Zum einen gibt es die Zahl 100 mit 100 neuen Videoproduktionen. Es wird also dieses Jahr 100 neue Videos geben, die auf dem YouTube-Kanal eingespielt werden. Die nächste 100 sind 100 Publikationen, genauer gemeint 100 Beiträge. Ich werde auf verschiedenen Kanälen in Summe 2018 100 Beiträge veröffentlichen. Dazu zählen Blogs, dazu zählen Printobjekte. Lassen Sie sich da einfach mal überraschen, in welche Richtung das geht. Da möchte ich noch nicht allzu viel verraten, damit ich auch so einen kleinen, ich sag jetzt mal, Vorsprung habe. Und das dritte, das ist dann so rein infobroker.de spezifisch, es wird 100 neue Produkte und Serviceleistungen geben. Macht also in Summe dreimal 100, 300 konkrete Vorhaben, die dieses Jahr 2018 auf die Umsetzung warten. Und damit ich Ihnen nicht einfach irgendwie so eine Luftnummer hier präsentiere, wird das Ganze auch transparent und messbar gemacht. Es wird eine offene Google-Excel-Tabelle geben, die werde ich hier in der Beschreibung verlinken. Und da können Sie fortlaufend reinschauen, was auf den einzelnen Bereichen, nämlich Video, Beiträge und Produkte entstanden ist und ob ich so die Zahl 100 auch erreichen werde. Für mich selber ist das auch eine innere Verpflichtung dadurch und damit wird diese Zielerreichung auch viel greifbarer und auch realisierbar. Ja, das wird 2018. Kleine Ankündigung von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für 2018 in allen Dingen, die Sie so vorhaben. Und wir sehen uns auf jeden Fall mindestens 100 Mal hier auf dem YouTube-Kanal. Das sei jetzt schon versprochen und deswegen lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren. Gute Zeit und bis bald, sagt Michael Klems. Gute Zeit und bis bald, sagt Michael Klems.